Ja, wieder herzlich willkommen bei Betzmann Galvanic. Heute möchte ich ganz kurz ein Produkt vorstellen und zwar ist das ausziehbare Kabel, was bei uns im Shop bei betzmann-galvanic.de erhältlich ist. Und zwar ist das das ausziehbare schwarze Kabel, findet man unter Zubehör. Sehr sinnvoll. Man kann das also hier in die Plus- oder entsprechend in die Minus-Buchse einstecken. Ich empfehle es eigentlich für Plus, weil Minus-Kabel braucht jetzt keine große Bewegung. Aber ich zeige einmal vom Beispiel her. Wir haben jetzt hier quasi das schwarze Kabel, wird in die Minus-Buchse eingesteckt. Am anderen Ende ist dann entsprechend die Minus-Klemme, wo die Teile angeklipst werden zum Beschichten. Hier dasselbe jetzt in Rot. Gleiche Qualität. Man sieht, das ist halt einfach nur ein Kabel mit zwei Bananen-Stecker und das liegt dann halt entsprechend hier so in der Gegend rum, wenn man es dann benutzt. Ja, es wird halt hier wird der Handgriff eingesteckt. Entsprechend und dann wenn man das bewegt und so weiter, dann hat man halt immer wie so ein Lasso irgendwas in der Gegend rumhängen. Und was es bei uns im Shop gibt, das ist dieses ausziehbare Kabel. Sehr stabile Qualität. Kann man genauso in die Plus- und in die Minus-Buchse einstecken. Man kann es hier vorne eventuell noch mit dem Isolierband farblich kennzeichnen, dass man halt sich wirklich sicher ist, aha, ich habe also jetzt hier vorne das mit dem roten oder blauen Band entsprechend dann im Plus und genauso dann auch das nicht markierte im Minus. Wenn man jetzt beide benutzen möchte und der Vorteil ist, man kann es wirklich über zwei Meter ausziehen. Ja, man sieht also hier ist Zug. Ja, und wenn man es absetzt, hat man hier wieder also ein wunderbar geordnetes Kabel liegen. Wie gesagt, ich würde es für das Plus eher empfehlen als jetzt beide für Plus und Minus, weil das Minus-Kabel dann doch einfach entweder jetzt hier an der Metallwanne angehängt wird oder am Teil eigentlich ohne große Bewegung bleibt. Und das Plus, wie gesagt, passt in jeden handelsüblichen Handgriff. Also von mir mit Bananenstecker kann man das also hier hinten locker einstecken. Also eine Produktempfehlung, das gewickelte Anodenkabel, wie gesagt, sehr weit ausziehbar, fährt wieder zusammen, super Qualität, im Shop bestellbar. In dem Sinne, schönen Tag!